Ring frei zur ersten Runde, Round 1. . Vielen Dank. Schöne, rüber! Komm mit dir auf, okay? Komm her! Her schoen! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Her schoen! Her schoen! Genau! Her schoen! Her schoen! Schönen Halschimperni这个玩偿 just das." Jesus! Joshua Syker con gib Whenever minute elwosit峰 pointed Trig Wir bedanken uns bei beiden Kämpferinnen. Ich darf Ihnen die Kämpferin in der blauen Ecke vorstellen. Ihr Trainer Jan Teleki, sie ist heutige Debitantin mit 57 Kilo, kommt aus Tabletze in Tschechien, Gabriela Olanova in der roten Ecke. Wir bedanken uns bei beiden Kämpferinnen und hier das Urteil des Kampfgerichtes. Sieger durch TKU in der 1.58 in der 1. Runde aus Hamburg, Alicia Melina Kummer. Wir bedanken uns aber auch beim Team von Gabriela Olanova.